Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesu und Maria, die Mutter Jesu, unsere viel geliebte Mutter. Wir hören, wie David trauert und wie er weint. Mein Sohn Abschalom, mein Sohn, mein Sohn Abschalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Abschalom, mein Sohn, mein Sohn. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass Abschalom, der Sohn Davids, versucht hat, David zu töten. Aber bei der Verfolgung hat er sich in einer Eiche mit seinen Haaren verfangen und ist von einem Soldaten Davids getötet worden. Wir sehen das Herz des Vaters, wie es trauert. Und wie groß die Liebe in dem Herzen Davids, des Vaters Davids ist, gegenüber seinem Sohn. Er wäre bereit gewesen, für seinen Sohn zu sterben. So groß ist die Liebe Gottes zu uns, dass er das wirklich dann zur Ausführung bringt. In seinem Sohn, Jesus Christus, ist Jesus bereit, für uns zu sterben, unser Leben zu retten, damit wir nicht zugrunde gehen, damit wir nicht in unseren Sünden gefangen sind, sondern dass wir durch sein Sterben ewiges Leben erlangen. Mögen wir dieses Geschenk, das Jesus uns am Kreuz gegeben hat, immer mit einem Dankbaren, mit einem großen, mit einem freudigen Herzen annehmen und auch dem Vater danken, dass er bereit war, seinen Sohn an unserer Stelle zu geben. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, uns allen einen gesegneten Tag.